Jedes Mal, bevor ich eine Klassenarbeit abgebe. Hm, also irgendwie ist es komisch, dass der Mount Everest minus 200 Kilo hoch ist. Aber wenn ich jetzt nochmal die ganze Aufgabe rechne, komme ich safe zu spät zum Schulbäcker und alle Schnitzelweckchen sind schon weg. Also ich wäre dann fertig. Ach du Scheiße, bist du sicher, dass du abgeben willst? Du hast noch 15 Minuten bis zur Pause, also ich an deiner Stelle würde es mir nochmal anschauen. Denk an das Schnitzelweckchen, denk an das Schnitzelweckchen. Alles gut, ich gebe ab.